Basis für Marktprognosen ist die gewählte strategische Marktsegmentierung. Das bedeutet, die zukünftige Marktentwicklung, Marktvolumina und Wachstumsraten werden für die zuvor definierten Marktsegmente ermittelt. Eine grundlegende Strukturierung des Marktes stellt die Unterteilung der Zielmärkte in Produkt- und in Servicemärkte dar, die sich in der Praxis als sehr zweckmäßig erweist. Daneben sind aber weitere sogenannte Marktsplitz vorteilhaft, die sich mehr an Zielgruppen orientieren. Beispiele hierfür sind insbesondere Regionen, also etwa Kontinente, Wirtschaftsräume oder einzelne Länder bzw. Ländergruppen oder Branchen- oder Industriesektoren, wie Banken und Versicherungen, Gesundheitswesen, Energieversorgung, Handel und Dienstleistungen usw. oder Kundensegmente, die sich beispielsweise an der Kundengröße orientieren, die wiederum an solchen Kriterien wie Mitarbeiterzahl, Umsatzvolumen oder der Zahl der Betriebsstätten gemessen werden kann. Unterschiedliche Arten von Marktstrukturen liefern differenzierte Hinweise darauf, bei welchen Zielgruppen das Vermarktungspotenzial am höchsten ist. Damit können Marketing- und Vertriebsstrategien sehr präzise adjustiert und beispielsweise auf die Regionen, Branchen oder Firmengrößen mit der voraussichtlich größten Nachfrage besonders ausgerichtet werden. Weitere Strukturierungsmöglichkeiten sind z.B. Vertriebskanäle oder Innovations- bzw. Technologiegebiete, wie sie im Bild auf dieser Seite gezeigt werden. Also die Einteilung von Märkten in verschiedene Innovationskategorien, wie z.B. in alte vs. aktuelle bzw. traditionelle vs. ganz neue bzw. innovative Technologien oder Anwendungsbereiche. Selbstverständlich lassen sich die verschiedenen Strukturierungsmerkmale auch miteinander kombinieren, wodurch noch genauere Potenzialanalysen und Feinjustierungen der Strategien und Maßnahmen ermöglicht werden. Etwa durch Adressierung der wichtigsten Branchen in den strategisch bedeutsamsten Wirtschaftsregionen. Ein Nachteil dieser Vorgehensweise ist jedoch, dass dann auch die Komplexität entsprechend zunimmt. Die Einschätzung der Attraktivität von Marktsegmenten ist eine wesentliche Voraussetzung, um die unternehmerischen Aktivitäten systematisch auf diese Zielmärkte auszurichten. Dies gilt vor allen Dingen für die Festlegung des Portfolios, für Planung und Entwicklung entsprechender Produkt- und Serviceangebote sowie für die zugehörigen Vermarktungsstrategien. Die Bestimmung der Marktattraktivität erfolgt in vier Schritten. Erstens Definition der Kriterien, die aus Sicht des Unternehmens die Attraktivität eines zu bedienenden Marktes ausmachen. Dazu zählen generelle Kriterien, wie etwa Marktvolumen, Marktwachstum, Wettbewerbsintensität oder Eintrittsbarrieren, die im Prinzip immer Gültigkeit besitzen. Daneben sind aber auch noch weitere Punkte zu berücksichtigen, beispielsweise Kundenstruktur oder Vertriebskanäle, die für die Art und Weise der Marktbearbeitung von Bedeutung sein können. Zweitens Bestimmung der Gewichtungsfaktoren zu jedem Kriterium. In diesen Faktoren spiegeln sich vor allem die Zielsetzungen des Unternehmens wider, aber auch die unterschiedlichen Kompetenzen und Fähigkeiten, um einen Markt zu bearbeiten. So wird ein auf Expansion ausgerichtetes Unternehmen den Kriterien Marktwachstum und Wettbewerbsintensität relativ hohes Gewicht beimessen. Ein Unternehmen, das über eine starke Vertriebsorganisation verfügt, wird die Kriterien Kundenstruktur und Eintrittsbarrieren verhältnismäßig stark gewichten. Drittens Festlegung der Zielmärkte. Das sind normalerweise die definierten Marktsegmente. Es können aber auch rein regionale Märkte, zum Beispiel Länder oder Wirtschaftsräume, bezüglich ihrer Attraktivität für eine bestimmte Kategorie von Produkten oder Services miteinander verglichen werden. Viertens Ermittlung der Ausprägung jedes Kriteriums für alle Märkte, die bewertet werden sollen. Die Ausprägung kann sowohl quantitativ, zum Beispiel durch Angabe des Marktvolumens in absoluten Zahlen, als auch qualitativ, zum Beispiel Wettbewerbsstärke von sehr hoch bis sehr niedrig ausgedrückt werden. Aus Gründen der Vergleichbarkeit der Märkte bezüglich der Kriterien und um aus einer Reihe von Einzelkriterien eine Gesamtbewertung pro Markt zu ermitteln, muss jedoch jeder Kriterienwert auf eine einheitliche Skala abgebildet werden. Etwa von plus plus, was sehr gut entspricht, über plus, null und minus bis hin zu minus minus, was sehr schlecht entspricht. Will man außerdem die Gewichtungsfaktoren schlüssig in die Bewertung mit aufnehmen, empfiehlt sich ein komplett mathematisches Modell. Bei einem solchen Modell ergibt die Summe der Gewichtungsfaktoren 100% und die Werte der qualitativen Skala müssen jetzt numerischen Werten zugeordnet werden, zum Beispiel von plus plus entspricht 5, plus entspricht 4 bis hin zu minus minus entspricht 1. Die Gesamtbewertung lässt sich nun als numerischer Wert darstellen, womit letztlich eine Reihenfolge der attraktivsten Marktsegmente resultiert, die als Input für strategische Entscheidungen dient.